Ja, jetzt krieg ich den Hate ab hier von allen Magic-Fans. Äh, spiel doch zu Ende. Ich hab hier ... Von mir aus hätte er das jetzt auch noch zu Ende spielen können. Aber hier, Viertelstunde überziehen ist einfach wirklich ne Frechheit. Wir kommen jetzt, jetzt wird's halt hier auch richtig geil. Ja, ihr könnt einfach dranbleiben, auch wenn ihr Magic mögt, denn ich hab auch Spiele, die Magic-Spielern gefallen könnten. Jetzt hier Mobile Games Check. Mobile Games Check wird euch präsentiert von Summoner's War Lost Centurion. Hey, komm, sind wir ehrlich, er hätte sowieso verloren. Er wollte es jetzt abmoderieren, nicht wegen mir, sondern damit die Schmach nicht an die Öffentlichkeit kommt. Das ist doch die Wahrheit. Oh ja, Leute, was geht ab? Ey, schön, dass ihr da seid. Ich hab heute, ähm, tolle Spiele für euch am Start. Ich hab so viele geile Spiele. Und ich weiß gar nicht, wie wir das alles in eine Sendung packen, äh, wollen. Wahrscheinlich klappt's nicht. Wahrscheinlich werden ich ein paar davon auch nächstes Mal zeigen müssen. Ein weiteres No-Videos-Spieler. Wir haben uns überlegt, eigentlich ja ganz geil, ich stell euch hier ein bisschen was vor. Und dann könnt ihr abstimmen, wie euch das Spiel gefallen hat. Und dann kriegen wir hier den Notendurchschnitt. Wie das funktioniert, sag ich euch dann zu gegebener Zeit gleich noch mal. Ähm, könnt ihr über den Chat abstimmen. Ja, ansonsten gibt's eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen. Vielen Dank für euer Feedback. Äh, wie immer Kritik und, äh, Lob habt ihr, ähm, ins Forum und unter die YouTube, äh, in die YouTube-Kommentare geschrieben. War alles dabei. Vielen, vielen Dank. An der Stelle möchte ich mich bei einem Community-Mitglied ganz besonders bedanken. Und, äh, jetzt war's das Boccomann, der in, ähm ... Ja, sehr richtig. Der ein ... Ich hab den Thread sogar noch hier ... Äh, ihr könnt einfach mal ins Forum gehen. Ich hab den auf meinem Handy, hab ich den hier noch, äh, drauf. Ich hab ihn jetzt ... Ihr könnt ihn jetzt, glaub ich, nicht abgreifen. Aber, ähm, äh, Boccomann hat einen, ein, ein Riesen-Thread hier gemacht und locker 20 Spiele vorgeschlagen, äh, die ich mir auch fast alle schon angeguckt hab. Und ich glaub, alleine drei oder vier davon haben's heute in die Sendung geschafft. Also, vielen Dank, Boccomann. Das sind wirklich, ähm, tolle Tipps gewesen. Ganz unterschiedlicher Couleur. Und ich bin wirklich dankbar für alle, die, äh, ins Forum kommen, im Mobile-Games-Check ... ins Mobile-Games-Check-Forum und da ihre Tipps reinballern. Weil es gibt einfach so viele Sachen, viele Perlen, die keiner kennt, die nie jemand gehört hat oder gesehen hat. Und ich freu mich, wenn ich die dann hier von euch empfohlen krieg und hier vorstellen kann. Ähm, deshalb lasst uns auch gar nicht groß rumlabern. Wir fangen direkt an mit einem Spiel, ähm, ebenfalls aus dem, äh, Forum vorgeschlagen. Jetzt muss ich noch mal den Namen nachgucken. Das hab ich nämlich grad ... Das war nämlich nicht von Boccomann, sondern das, ähm, war von, ähm, Stift, Stift, ja, ich glaub, Stift. Und nennt sich Retro-Bowl. Ihr werdet gleich vielleicht ein bisschen Augenkrebs kriegen, aber wartet ab, das Spiel ist geil. Ähm, es ist ein Football-Pixel, ähm, Management-Simulator, wenn man so will. Und, ähm, sieht aus wie so die ganz alten Fußball-Manager. Wir managen eine Football-Mannschaft. Und es macht einfach so viel Spaß, ich wollt's unbedingt zeigen. Ähm, wir sind jetzt hier im Front-Office. Es hat so klassische Fußball-Manager-Geschichten. Wir haben ein Salary-Cap, wir können Spieler kaufen, verkaufen, können uns die Spieler angucken. Hier sehen wir jetzt Chandon March, gute Moral, Alter 37. Ist natürlich alles noch ganz am Anfang der Saison. Wir können jetzt, äh, entscheiden, wie sollen wir ihn rannehmen? Eher im Training leicht oder hart? Dann steigen seine Erfahrungspunkte schneller, wenn wir ihn hart rannehmen. Aber dann verliert er auch leichter Moral. Hier sehen wir auch die anderen Spieler. Ähm, hier sieht man unser Stadion, ist noch scheiße. Trainings-Facilities, äh, also die Trainingsstätten sind alle noch nicht so geil. Salary-Cap, also alles noch am ... Salary-Cap vor allen Dingen. Salary-Cap. Salary-Cap ist was ... Ich stell mir grad so eine Kappe aus Selleries vor. Salary-Cap. Egal, so, und, ähm ... Ja, das Spiel ist Free-to-Play. Und man kann es, glaub ich, wenn wir hier auf Shop gehen, seht ihr, ähm, könnt ihr euch die unlimitierte Version für 1,09 Euro kaufen. Ehrlich gesagt weiß ich aber noch gar nicht, was das Problem ist, wenn man sie sich nicht unlimitiert kauft. Dafür hab ich noch nicht genug gespielt. Aber ich kann jetzt schon sagen, 1,09 Euro ist es mir auf jeden Fall wert. Ähm, ja. Ja, wir spielen mal weiter. Ich zeig euch nämlich gleich mal, warum das auch so Bock macht. Wir sind, äh, das Team New York J. Und wir haben jetzt ein Spiel. Gleich. Ja, das sind alles noch die automatischen Spiele. So. Ach so. Jetzt müsste ich upgraden. Oder was? Das ist mal wieder typischer Vorführeffekt. Ich hab nämlich zu Hause ein paar Spiele gemacht. Wahrscheinlich hab ich jetzt die kostenlosen ... Ja, fuck it. Ich kauf jetzt die Unlimited Version, die 1,09 Euro. So, damit ich euch ein Spiel zeigen kann. So. Ich kürz mein Touch-ID hier. Das ist der Nachteil, wenn man Free-to-Play-Spiele probespielt. Dann kommt man eben oft ans Limit. So, jetzt müsste es gehen. Du bist jetzt startklar. Ja, aber muss ich hier irgendwas machen, dass jetzt mal ein Spiel kommt? Ja, hab ich ja. Jetzt kommt erst mal der Draft. Okay, jetzt können wir uns erst mal ... Okay, bevor wir zum Spiel gucken, jetzt erst mal einen ... einen geilen Spieler. Guck mal, die sind alle 4-Sterne-Spieler. Ich hätte gerne einen richtig geilen Quarterback. Haben wir hier einen? Defense-Bag, da ist ein Quarterback. 3-Sterne-Quarterback. 2,5-Sterne-Quarterback. Nehmen wir einen 4-Sterne. Hat jemand hier 4-Sterne? 4-Sterne-Quarterback irgendwo. Ich weiß nicht genau, was es mit den Farben auf sich hat. Okay, das sind alle Spieler. Okay, dann nehme ich den 3,5-Sterne-Quarterback. Oder 3-Sterne-Quarterback-Curven. Sign. Do you want to sign the Rookie-Quarterback Durham-Curven? Yes. Gucken, ob sich das gleich ... So, jetzt habe ich noch ein bisschen Kohle. Könnten theoretisch noch Weiter-Spieler kaufen. Draft-Round-2. Dann nehmen wir noch einen geilen Wide-Receiver. Okay, ich sehe keinen geilen Wide-Receiver. Dann kommen wir noch den hier. Sign. Willst du G-Dope-Jewel signen? Ja. Und dann nehmen wir noch in der dritten Runde ein ... Für die O-Line ... Jemand, der unseren Quarterback ein bisschen schützt. Haben wir hier was? Anderthalb-Sterne nur. Komm, scheißegal. Zack. Okay. Draft-Season ist over. Jetzt müsste es klappen. Okay, hier ist unser erstes Spiel gegen Buffalo. Und jetzt ist es ganz lustig. Wir sehen den Angriff von Buffalo. Sehen wir nicht. Es geht hier wirklich nur um unsere eigenen Angriffe. Und zwar ... Ihr seht hier die Laufwege. Und wenn ich jetzt swipe mit dem Finger, dann ... Mach das mal. Kann ich jetzt hier entscheiden, wohin ich passe. Zack. Und direkt First Down. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber man kann dann halt natürlich das selber mit dem Finger so steuern. Je weiter ich nach rechts ziehe, desto weiter wirft er. Da unten. Zack. Was? Was ist denn das für ein Trottel? Wieso fängt der den nicht? Okay. Ist das schon mein neuer Quarterback? Das war aber wirklich schlecht gefangen. Ich kann auch jetzt hier für ein Laufspiel, kann ich zum Beispiel hier den Ball übergeben. Und dann, zack. Wenn ich zweimal tippe, jumpt der auch so nach vorne. Du kannst auch, wenn du läufst, ich kann zum Beispiel als Quarterback auch selber laufen. Ich mach mal jetzt eigentlich Quatsch, ein Laufspiel zu machen, aber ich mach's jetzt einfach mal. So. Jetzt läuft er selber. Seht ihr? Da geht er durch! Hoch! Boah! Siehst du hier, First Down vom Quarterback. Richtig guter Lauf war das. Ich kann jetzt noch nicht so beurteilen, inwiefern die Spieler, die man traden kann, also inwiefern die sich dann wirklich auch krasser spielen. Da fehlen mir jetzt noch die Erfahrungswerte. Aber das macht schon alleine dieses Spielsystem hier macht unglaublich Bock. Fang ihn! Yes! Fumble! Weiter! Oh, ein Glück! Hab ich noch gefangen, den Fumble. Wir spielen jetzt noch einen Touchdown. Den machen wir jetzt noch. Da oben. Oben rechts. Jetzt. Hole in die Interception. Ich kotze. Warum? Wie konnte es passieren? Ja, es war einfach auch schlecht geworfen. Okay. Ja, ich werd nicht länger jetzt zeigen, jetzt ist der Gegner am Ball, das sehen wir nicht. Die haben einen Touchdown gemacht und dann sind wir wieder im Angriff. Naja, und nach dem Spiel geht es dann immer so weiter. Ihr könnt Spieler kaufen, traden, ihr müsst klassisches Managerspiel im Prinzip machen. Aber schön simpel mit einer, ähm, ja, Pixelgrafik. Und es ist wirklich, ähm, ja, es geht sehr schnell. Es geht einfach. Es steuert sich total crispy. Ja, macht einfach Bock. Kannst nicht anders sagen. Klar, wenn man mit Football und Pixelgrafik nichts anfangen kann, dann kann man hier natürlich direkt weitergehen. Aber mich würde jetzt interessieren, ihr könnt voten. Wie gefällt euch das Spiel? Retro Bowl heißt es, wie gesagt, für 1,09 Euro kriegt ihr die Vollversion. Ihr könnt's aber auch erst mal kostenlos runterladen. Ihr könnt jetzt abstimmen. Ausrufezeichen, MGC für Mobile Games Check und dann Schulnoten 1 bis 6. Jetzt habt ihr 1 rot gemacht und 6 grün. Ich hab doch kein Einfluss über die Farben, Eddie. Was soll ich machen? Ja, okay, aber es wirkt ... 1 bis 6, bei 6 Anfang oben, oder was? Naja, 6 wär rot, weil rot ist halt schlecht, würd ich sagen. Oder also, Note 1 ist ja gut, wenn's Schulnoten sind. Also, eigentlich müsste die 1 grün sein. Das ist ja überhaupt kein Sinn. Aber in meiner Schule war es nicht so cool, wenn 1 zu bekommen wäre. Ja, ich weiß, Paul. Aber in Wahrheit, da haben die dir halt nicht die Wahrheit gesagt. Okay, ist egal. Also, ihr wisst, Schulnoten. 1 ist gut, 6, scheiß auf die Farben. Ähm, 1 ist gut, das ... Genau, 1 heißt, das Game ist hot. Und 6 heißt, das Game ist ein Lauch. Und deshalb machen wir, während ihr votet, noch einen Touchstone. Touchstone. Oh, 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 oh. Da. Und da, ich werde gesackt. Ja, und incomplete. Man hat halt nicht ewig Zeit. Da muss ich dann schon überlegen. Da ist er. Ich hätte ja schon Bock, euch noch einen Touchstone zu zeigen. Dafür müsste ich mal so einen Hail Mary Pass machen. Zeit läuft jetzt runter. Ich hab jetzt nicht mehr viel Zeit. Okay, ich versuch's noch einmal an Touchstone. Da ist er. Und jetzt ... Ah, ah. Da war er fast durch. Oh nein, jetzt ist Halbzeit? Nein, das ist keine Halbzeit. First Quarter. Das heißt, ich müsste eigentlich weitermachen dürfen. Ja. Komm, den Touchstone versuch ich doch noch. Da ist der Pass. Oh, immer einer noch, der mich auffällt. Sonst wär ich durch. 20 Yards. Sind schon in Field Goal auf jeden Fall. Field Goal-Reichweite. Machen wir mal ein Laufspiel hier. Noch mal einen Pass. In die Mitte. Ja. Touchdown! Nein! What? Wär ich doch nur gesprungen. Okay, Laufspiel. So, pass auf. Da ist der Touchdown. Und das Field Goal machen wir auch noch. One-Point-Conversion, natürlich. So, erst mal die Power. Zack. Und jetzt die Mitte treffen. Perfekt. Und das ist der Ausgleich. Okay. Das war Retro-Bowl. Hier raus. Haben wir schon ein Ergebnis vorliegen, liebe Regie? Was sagen die Leute? Es muss natürlich jetzt hier ausgerechnet werden, was hier hunderttausende Leute haben. Und da sehen wir die Durchschnittstunde 2,5, ey. Also, das Spiel kommt ganz gut bei euch an. Nächstes Spiel. Auch hier fangen wir erst mal casual-mäßig an. Ich weiß nicht, wie's bei euch ist. Bei mir ist es so, ich mag Spiele, so Geschicklichkeitsspiele mag ich normalerweise eigentlich nicht. Auf dem iPad oder auf dem iPhone, so an der Bushaltestelle oder so, für die kurze Aufmerksamkeitsspanne, die ich manchmal dann hab, einfach nur irgendein Geschicklichkeitsding. Da gibt's etwas bei Apple Arcade. Hab ich ja letztes Jahr schon vorgestellt. Das ist der Apple-Dienst. Ich glaub, kostet 4,99 im Monat. Dafür habt ihr dann Zugriff auf eine Menge Spiele. Da gibt es ein Spiel, das nennt sich Sping. Und, ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil's irgendwie einen geilen Flow hat. Und tatsächlich ist das auch, wird auch selber angepriesen als ein Spiel mit Flow. Es geht darum, Kristalle einzusammeln und ins nächste Level zu kommen. Eigentlich ziemlich, ziemlich easy. Ähm, vielleicht kann ich euch erst mal erst Anfangslevel zeigen. Ich fang mal von vorne an hier. Und zwar werdet ihr's gleich relativ schnell kapieren. Das bist du. Sammle die Juwelen, indem du an Fixpunkten entlang schwingst. Haltet gedrückt zum Schwenken. Und dann loslassen. Und in den Abfluss rein. Oder ins Portal. Es ist wirklich simpel. Wir bouncen hier einfach lang. Ich drücke, dann bindet er sich automatisch an diese Spindel. Und wenn ich loslasse, je nachdem, wo ich loslasse, flieg ich dann ins nächste Level. Das sieht jetzt am Anfang noch relativ simpel aus. Aber man kriegt dann hier irgendwann so einen richtig geilen Flow. Und je nachdem, wann ich drücke, desto näher oder weiter weg, also desto länger ist die Leine sozusagen. Und dann verändert sich natürlich hier auch wieder die Flugkurve. Ja, Mucke find ich auch nicht so geil. De Niro schreibt das im Twitch-Chat. Aber ich kann es natürlich auch ausstellen. Glaube ich. Es macht wirklich Spaß. Also es ist so simpel. Ich gehe jetzt mal vielleicht schon mal ein paar spätere Level. Dann sehen wir, dass das auch natürlich immer komplexer wird. Ziel ist es natürlich immer, alle Diamanten einzusammeln. Was mich wundert, ehrlich gesagt, bei dem Spiel, so viel Spaß es mir macht, wäre da nicht ein Zeitlimit sinnvoll gewesen, dass man so schnell wie möglich das machen muss. Weil wenn man so viel Zeit hat, also, ja. Aber was weiß ich schon von Computerspielen. In die Stacheln sollte man natürlich nicht rein. Jetzt komm ich da nicht. Nein! Seht ihr, das passiert, wenn man Scheiße baut. Okay. Ihr seht schon, es wird jetzt langsam schwieriger. Nein! Zu lang das Kabel! Ja, okay. Aha! Da sind sie. Oh shit, ich hab oben welche vergessen. Okay, ganz knapp. Okay, ich glaub, Spielprinzip ist klar. Also, den Level hier mach ich noch. Das ist Sping ist wie gesagt bei Apple Arcade inkludiert. Ihr könnt voten. Ausrufezeichen, MGC, 1 bis 6. Werde euch das Spiel gefallen. Es ist natürlich bei solchen Spielen auch immer Geschmackssache, muss man ganz klar sagen. Mag man so Geschicklichkeitssachen oder ist es überhaupt nichts für einen? Aber ich will hier in der Sendung verschiedene Genre vorstellen für verschiedene Geschmäcker. Und ich kann einfach nur sagen, mir hat's direkt Bock gemacht. Ich hab's gestern direkt, glaub ich, ne Stunde oder so gezockt. Ähm. Ja, Stunde ist vielleicht ein bisschen viel, halbe Stunde. Aber es hat mir direkt Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also, es ist echt ein schönes Spiel. Sping, also S-P, Ausrufezeichen, N-G, ist natürlich, ähm, Apple Exclusive, das bei Apple Arcade inkludiert ist. So, während ihr votet, geh ich schon zum nächsten Spiel einfach über. Und, äh, wenn die Regie dann ausgerechnet hat, was die Durchschnittsnode ist, sagt einfach Bescheid, dann sag ich's noch mal. Jetzt kommen wir zu nem Spiel, ähm, das war das auch von Bruckoman. Weiß es nicht mehr, ich guck nach. Er hat so viele Sachen empfohlen, dass ich mir nicht sicher bin. Ne, das hab ich, glaub ich, woanders empfohlen bekommen. Das war ausnahmsweise nicht von Bruckoman. Das ist ein Vollpreisspiel. Und zwar heißt es Pascals Wager und ist im Prinzip ein Dark Souls-Klon. Ähm, da bin ich natürlich hellhörig geworden. Konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Dark Souls auf Tablet, wie kann das denn sein? Aber ich muss sagen, also, ist halt kein Dark Souls. Aber für acht Euro macht das schon mehr richtig als falsch. Wir schauen mal rein. Pascals Wager heißt es. Und, ähm, ihr werdet auch gleich sehen, warum es sehr deutliche Dark Souls-Anleihen hat. Das ist ein Arkt. Das ist ein Arkt. Ich muss sagen, wie geht es. Das ist ein Arkt. Das ist ein Arkt. Das ist ein Arkt. Wir sehen, Wir sehen, wir sehen, Okay, das Ergebnis für Sping ist da, was sagt die Community für Sping? 3,2. Naja, ich find für so ein relativ unspektakuläres Dingspiel gar nicht so ... Dingspiel, neues Genre, Dingspiel. So, ich überspring jetzt mal hier, also Zwischensequenzen hat das Spiel auch. Auf jeden Fall auch, wie man sieht. Aber wir wollen ja jetzt einfach mal das Spiel sehen. Es ist halt immer so eine Sache, das Spiel gibt's auch, glaub ich, bei Steam. Und man kann's dementsprechend natürlich auch nicht mit dem iPad spielen. Ich bin mir da immer unsicher, jetzt bin ich direkt gestorben. Weil ich aufgehört hab mit sehr wenig Energie. Ähm ... Jetzt kann man natürlich immer sagen, ist das überhaupt ein iPad-Spiel? Wenn's das auch auf dem PC oder so gibt. Aber ich finde ja, weil's sich eben wirklich ganz gut auf dem iPad spielen lässt. Also, wir haben hier Third-Person, laufen hier rum. Links ist halt einfach ... Egal, wo ich mit dem Daumen hin tippe, ist halt der Stick, mit dem ich den Dude hier steuer. Und mit rechts kann ich mich hier umdrehen und nach oben und unten gucken. Eigentlich ganz gut. Das Problem ist, ihr seht's hier rechts, die Buttons für Blocken. Schwerer Heap und leichter Heap haben wir hier noch. Und dann haben wir hier noch Sidestep, beziehungsweise wenn man zweimal tappt, rollt er. Und da muss ich sagen, ist das, wenn man das so hier in der Hand hält, man drückt dann ... Also, der Spielraum ist nicht so ganz perfekt, um sich umzudrehen und um die Tasten zu drücken. Es geht schon, aber man merkt bei solchen Spielen halt schon, mit Pad wäre wahrscheinlich besser, ne? Okay, aber ich zeig's euch trotzdem mal, weil ich's echt ganz nett fand. Gute Atmosphäre. Gute Atmosphäre. Komm ich da nicht her? Nee. Und es ist halt wirklich von der Mechanik her genau wie Dark Souls. Also, ihr kämpft und wenn ihr sterbt, verliert ihr eure Knochensplitter, mit denen ihr an einem Altar, ähm, aufleveln könnt. Jetzt können wir hier ein paar Sachen kaufen. Wurfmesser, Verstandselixier und Gesundheitselixier. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob mir diese Spielmechanik gefällt. Verstandselixier. Je mehr ihr kämpft und je mehr ihr tötet, desto verrückter werdet ihr. Das ist dieses Symbol unten rechts neben der Energieleiste. Und dann muss man so ein Verstandselixier trinken, damit man wieder zu Sinnen kommt. Weiß ich nicht so ganz, ob das geil ist. Aber dafür hab ich's noch zu wenig gespielt. Gibt natürlich auch den Stamina-Balken. Klassisch unten. Man kann also nicht die ganze Zeit Button maschen. Und man kann natürlich schwere und leichte Schläge hier auch miteinander kombinieren. Da liegt ein Item, das nehmen wir natürlich mit. Ich hab's wie gesagt erst so, ja, halbe Stunde gespielt oder 20 Minuten, um mal so einen Eindruck davon zu gewinnen. Ich hab in den Rezensionen gelesen, dass es den Leuten sehr gut gefällt, aber dass sie ein bisschen Equipment vermissen. Also dass man zu wenig oder, ja, keine neuen Rüstungen und so findet. Was bei so nem Spiel halt schon auch blöd ist. Weil, ich mein, ihr wisst es, Looten und Leveln muss drin sein in nem Spiel. Aber ich kann's nicht, wie gesagt, selber noch nicht genug spielen. Guck mal, hier komm ich doch her. Ja, Knochensplitter sind quasi das Äquivalent zu Seelen. Hier komm ich doch her, hier ist doch der Anfang, hab ich richtig dumm gelaufen. Aber man merkt schon von der Atmosphäre hier keine Musik, nur so Umgebungsgeräusche und so. Das Spiel fängt auch an und man hört als erstes überhaupt mal erstmal so Raben. Da denk ich auch immer direkt, wenn ich nen Raben höre, denk ich immer hier... Dark Souls. Hier hab ich ne Quest angenommen. Und den Dude da unten, ich glaub das ist so mein erster, zwischen Boss oder erster härterer Gegner. Oh, da ist ja einer. Ja, ich merk mit der Kollisionsabfrage... Die Viecher da unten, die sind nämlich nicht so leicht. Shit. Alter, guck mal wie der reinhaut. Nehme ich direkt mal hier nen Drang. Davon hab ich zwei, beziehungsweise noch zwei. Beutegreiferschädel. Ähm... Ja, wir können auch mal hier gucken, hier ist unser Inventar, Ausrüstung. Man kann dann hier so Talismänner ausrüsten. Wo sind die nochmal? Hier. Die dann unterschiedliche Nebeneffekte bringen. Also hier hab ich jetzt diese mutierte Klaue, seht ihr, gibt Angriff plus acht. Und da gibt es hier verschiedene Kategorien. Ich hab natürlich ganz am Anfang, ich hab noch nicht viel gefunden. Sehen wir hier auch nochmal unsere... Stats. Gibt hier so ein paar Main-Attribute. Ja. Okay, das soll's auch erstmal gewesen sein. Ich zeig jetzt nicht noch mehr. Ich glaub, ihr habt einen Eindruck von dem Spiel bekommen. Das ist übrigens auch generell mal eine Frage an euch. Wollt ihr, dass ich dann einzelne Spiele eher länger spiele, um noch mehr Eindruck von den Spielen zu kommen? Oder reichen euch so fünf bis zehn Minuten pro Spiel, um einen Eindruck zu kriegen? Und ihr wollt lieber mehrere Spiele sehen? Hier ist übrigens der Altar, kann ich auch mal zeigen. Hier kann man sich dann aufleveln und ausruhen. Den Hochensplitter kann ich jetzt hier widmen. Und dann geh ich hier die Level hoch. Dann kann ich hier die Attributspunkte vergeben. Hier ein bisschen hoch. Vitalität. Ein bisschen Power rein. So. Achso, wenn ich mich heile, dann sind natürlich auch alle Gegner wieder da. Man kennt es hier, ausruhen. Okay. Ähm, Euronote. Ausrufezeichen. M, G, C. Eins bis sechs. Eins ist sehr gut, sechs ist grottenschlecht. Das Spiel heißt Pascals Wager, kostet 7,99 Euro. Dafür hat man dann auch das Spiel komplett und muss keine Ingame-Käufe mehr machen. Ich find's nett, mir hat's Spaß gemacht. Ist halt immer die Frage, ich war ... Ich zock so was, wenn ich ein richtiges ... Richtiges Action-RPG spielen will, dann spiel ich's natürlich auf den richtigen Konsolen oder am PC. Für mich sind solche eher komplexen Rollenspiele dann für ein iPad oder iPhone eher nichts. Äh, da zock ich lieber gerne irgendwelche kurzweiligeren Sachen. Aber es gibt Leute, die haben vielleicht keine Konsole, sondern nur ein iPad. Entschuldigung, ich muss aufstoßen. Ähm, für die ist das vielleicht einfach dann auch cool. Ich find's auf jeden Fall immer wieder erstaunlich, wie gut mittlerweile schon so iPad-Spiele sind. Ich bin ein alter Mann, ihr wisst es, ich komm noch vom Snake-Zeitalter. Und es ist immer wieder verrückt, was man heutzutage dann alles da so zocken kann. Also, Pascals Wager und die Note ist 3,1. Also, durchschnittlich, ähm, gibt's, äh, ja, ganz gut. Und hier, was schreibt ihr, gibt's auch, ja, Darktom90 schreibt, gibt's auch auf dem PC. Genau, gibt's auch für Steam. Insofern, ähm, ja, kann man's dann auch, wenn's einem wirklich gut gefällt, auf dem PC spielen. So, jetzt kommen wir zu unserem Sponsor. Und ihr wisst es längst, das ist, ähm, Summoner's War. Und das werd ich heute auch mal zocken, beziehungsweise Lost Centuria. Genau, ähm, vielen Dank an unseren, äh, Sponsor, der auch dieses Format hier möglich macht. Und, äh, das haben wir ja in den letzten Wochen, haben wir dazu auch immer viele Einspieler gesehen. Und jetzt zeig ich euch den neuesten Ableger aus dem, aus der Summoner's War-Welt, und das ist Lost Centuria. Ihr könnt heute nämlich ein Special Lost Centuria Package gewinnen. Und hier ist der Link, rocketbeans.tv slash Gewinnspiele slash Lost Centuria. Ich, ähm, weiß nicht genau, was da alles enthalten ist. Checkt's einfach mal ab, wenn ihr Bock drauf habt. Und, ähm, guckt, ob das was für euch ist. So, dann wollen wir jetzt uns mal ins Kampf getümmelt schmeißen. Ich hab meine Formation geupdatet. Und dann machen wir jetzt mal hier einen Rangkampf. Hier sehen wir noch mal unser Kartendeck vor der Reihe, hinter der Reihe. Alles klar, cool, cool, cool. Jetzt gibt's das Matchmaking. Wie gesagt, ich hab die ersten Matches sehr souverän gewonnen, obwohl ich keine Ahnung hab, was ich da gemacht habe. Aber ich hab auch schon ne, ich hab ne sehr gute Karte. Die zeig ich euch gleich. Die macht richtig viel Damage. Ist das eher so? Okay, wir werden's sehen. Okay, es ist ähnlich, wie man das auch bei Hearthstone oder so kennt. Unten wird mit der Zeit, werden die Mana-Kristalle aufgefüllt. Und dann kann ich hier eben entsprechend die Karten benutzen. Das ist nämlich erst mal mein Harlekin, der macht uns nämlich unsichtbar, äh, unbesiegbar. Ach ne, das war, wer war denn das nochmal? Ne, die Rothaarige war's. Oh, ich muss meinen Bär heilen. Heil ihn! Yes! Rechtzeitig noch geheilt. Nein! Ich wollt ihn grad heilen! Da ist die Heilung! Eine Sekunde zu spät. Und jetzt hier meine, ähm... Zauberin macht uns für ne Zeit lang alle unbesiegbar. Richtig mächtiger Zauberspruch. Ich glaub, ich verliere heute zum ersten Mal. Und so ein Special hier, Kette der Verzweiflung. Komm, 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 komm. Da ist unser neuer Bombenmann. Es gibt natürlich auch noch verschiedene Elemente, also dieses klassische Schere-Stein-Papier-Prinzip. Ja, mach doch! Ich hab's doch schon eingegeben, warum macht der denn nicht? Wärts weg! Die haut richtig rein. Hier ist auch unser neuer Wikinger-Typ. Testen wir. Es ist am Anfang ein bisschen unübersichtlich und ein bisschen hektisch. Man muss da natürlich erstmal reinkommen, weil es halt alles in Echtzeit ist. Ähm, anders als jetzt bei klassischen, ähm, Deckbilder-Spielen, wo das ja meistens nacheinander ist, ist es hier eben alles in Echtzeit und dann muss man... Na, jetzt hab ich voll labern verpasst, mich zu heilen. Dann heil ich unseren Bomben-Typ. Aber er bringt nicht so viel, hab ich das Gefühl. Unser Harlekin. Nein! Der macht mich platt. Ja, okay, ich hab keine Chance. Zu wenig Damage. Ich hab auch zu wenig auf die Elemente geachtet. Ah, der hat auch den Harlekin. Heilen. Diesmal die Heilung rechtzeitig, bitte. Nein! Seht ihr es? Wieder die Heilung eine Sekunde zu spät. Ja, okay. Jetzt ist egal, jetzt ist nur noch meine Heilerin übrig. Da hab ich wohl verloren, was? Naja. Das ist mal wieder cool. In der Vorbereitung jedes Match gewonnen. Und jetzt hier wieder kaum gucken Leute zu verloren. Krieg ich trotzdem irgendwas? Na, ein bisschen. Okay, das war mal ein kleiner Einblick in Lost Centuria. Ich find, äh, man hat ganz gut gecheckt, wie das Spiel funktioniert. Also es ist eine Mischung aus verschiedenen Genres. Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Ähm, was halt Bock macht, ist dann hier, wo ist das, wenn man auf die Monster geht, dass man dann eben die auch noch stärker machen kann. Ähm, hier. Man wertet die natürlich auf. Und dann kann man sich wieder ins Getümmel schmeißen. Dann kann ich noch aufwerten. Hier, ich kann fast alle aufwerten. Hier, Bombenmann. Also zwei. Und... Dann könnten wir noch... Hier, das ist meine coole Harlekin-Frau. Und hier kann man dann noch... Das hab ich noch nicht so ganz verstanden. Ich glaub, da kannst du später hier noch Items kriegen, die du equipen kannst und so. Ich bin, wie gesagt, grad kurz nach dem Tutorial, das Spiel ist mega komplex. Es gibt eine Million Karten und Zaubersprüche und Krams und so. Ich glaube, es ist etwas, wo man sich richtig drin verlieren kann. Natürlich gibt's auch, habt ihr auch schon gesehen, es gibt da quasi E-Sports-Turniere und alles. Und, ähm, verschiedene, ja, Daily-Quests. Und, und, und. Ihr könnt das natürlich dann auch gegen Kumpels zocken, beziehungsweise online gegen andere Menschen spielen. Und wenn man hier zum Beispiel auf Duell geht, dann sieht man hier freier Kampf, normaler Kampf und eben Weltturnier. Das hab ich jetzt noch gar nicht freigeschaltet. Also, nach oben hin ist kein Deckel drauf. Lost Centuria, wenn man Bock hat, ähm, sich in so einem Spiel zu verlieren, dann checkt's doch einfach mal aus. Und, äh, an der Stelle natürlich vielen Dank an, äh, unseren Sponsor, dass ihr den Mobile-Games-Check möglich macht. So, und jetzt machen wir hier weiter. Was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt haben wir lauter, ähm, schwere Sachen gesehen. Jetzt zeig ich euch, okay, erst mal was, erst mal was Leichtes. Und zwar nennt sich das Spiel Alone, kommt auch wieder von Brokoman aus der Community. Und, äh, das ist schnell vorgestellt, ist auch wieder ein Geschicklichkeitsding. Und ist, glaub ich, ich hab's mir aufgeschrieben, kostenlos. Ist es kostenlos? Ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Das Problem ist, wenn man's einmal runtergeladen hat, dann steht's nicht mehr da. Ich guck noch mal, oder war's? Es war, glaub ich, sehr günstig. 1,09 Euro, genau. 1,09 Euro kostet es nicht kostenlos, kostet 1,09 Euro, aber dann keine weiteren Payments mehr. Und ist ein Spiel, ja, wie Flappy Bird und Co. nur in schnell. Ihr steuert diese kleine Raumkapsel, die sehr sensibel, sehr schnell reagiert auf euren, euer Daumenwischen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, ich versuch's mal hier zu zeigen, wie schnell die, wie sensibel die reagiert. Man hat's gesehen, ne? Man sieht's hier so ein bisschen. Ja, man kann's, ähm, man muss es fühlen, man muss es fühlen, um es zu verstehen. Und das Ding ist ... Okay, ich muss erst mal wieder reinkommen, weil es ist ... Wenn man nach unten zieht, geht er nach oben, wenn man nach oben zieht, geht er nach unten. Oben links seht ihr Energie. Boah. Oben links seht ihr Energie, das heißt, ich kann, glaub ich, zweimal oder so, kann ich so ein Felsbrocken rammen, dann ist vorbei. Und so was, für mich ist so was der Inbegriff eines ... ... Mobile Games. Boah. Aber das, es ist halt geil, weil ... Ah, jei, 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 weil's so schnell ist. Ah, jei, jei. Ui! Zweiter Level, 1000 Meter. Alter Schwede, wie soll man das machen? Pschsch. Alter, okay. Ich hab einfach jeden Fels ... Mitgenommen den Skip. Okay. Okay, Energie lädt sich wieder auf. Boah. Pschsch. 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 Alter, krass, hier war ich noch nie. Achso, das ist das gleiche. Boah. Alter, wie ich zwischendurch bin, habt ihr das gesehen? Das war ja wohl meisterhaft. Boah, nein! Pschsch. Pschsch. Okay. Na gut, ein mach ich auch. Ich glaub, also, ich bin noch nicht sehr viel weitergekommen. Ich sag's wie es ist, Leute. Ich weiß nicht, ob da noch viel mehr kommt als das, aber für manche Leute reicht das auch, um den Tag damit rumzukriegen. Es macht tatsächlich viel Spaß, ist aber auch ein bisschen frustig, dass man immer wieder von vorne anfängt. Ist halt wie dieses... Wie halt wie diese... Weiß ich gar nicht. Gibt's einen Namen für dieses Genre? Flappy Bird und so? Doodle Jump? Gehört es nicht auch mehr oder weniger dazu? 1500. Oh, da war die Trophäe. Okay. Aber neuer Rekord. Infinite Runner? Elbinio sagt Infinite Runner? Okay. Abwerten, Ausrufezeichen, Mobile Games Check, also MGC und eure Note. Ist das was für euch oder nicht? Wir machen das nächste Spiel. Ähm, sehr schönes Spiel. Eine Mischung aus... Ey, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es ist ein Hoplite-Spiel im Prinzip, bei dem ihr eure Gegner in den Abgrund stoßen müsst. Und, ähm, dafür verschiedene Möglichkeiten hab. Ähm... Ich glaub, ist auch wieder ein Brokkoman-Spiel. Und jetzt hab ich den Namen vergessen. Es heißt Enyo. Oh shit, jetzt bin ich hier rausgejumpt. Kann ich euch noch die alten Level zeigen, damit wir reinkommen? Nee. Egal. Also folgendes, ähm, folgendes Spielprinzip. Es läuft in Echtzeit ab. Ich entscheide, wo ich, ähm, langlaufe mit diesem Dude hier. Und jedes Mal, wenn ich gelaufen bin, laufen die Gegner auch. Ich muss alle Gegner töten. Das klappt, indem ich sie entweder in die Lava stecke oder gegen eine, ähm, Wanddotze, äh, wo eine Stachel ist. Also in so einen Spike rein. So, das war jetzt zum Beispiel nicht so schlau. Wie kann ich das jetzt machen? Jetzt kann ich zum Beispiel den Haken auswählen und mit ihm die Plätze tauschen. Und dann müsste er eigentlich... Perfekt. Und da ist eine Bombe und deshalb gehen wir da, äh... Bombe kenne ich noch nicht. Okay, jetzt kenne ich die Bombe. So. Ah, jetzt machen wir das. Muss man tatsächlich ein bisschen taktisch denken? Komm, geh noch ein. Ah, da hat er die Bombe. So, Note von Alone wird eingeblendet. Was sagen die Leute? 3,0. Mittelmäßig. Verstehe. Ja, ist okay, aber... Jetzt kann ich mein Schild werfen. Und dann muss ich's mir mit dem Haken wieder... Okay, es ist deutlich schwerer jetzt in diesem Level als noch in den Tutorial-Levels. So. 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 Drei Herzen habe ich. Ey, Leute, wie schwer ist denn das? Was ist denn hier los? So. Jetzt können wir nochmal beben, was springen. Der ist jetzt betäubt. Was passiert, wenn ich jetzt den Haken... Ey! Hey! Der ist weg. Kommt da noch einen runter? Komm runter. Ha, das war dein Fehler. Okay, das sieht doch ganz gut aus. So, jetzt nur noch den Typ da oben. Ich hab drei Herzen, das sollte ja wohl machbar sein. Und... Tschüss. So. Jetzt seht ihr hier oben Level zwei von zehn. Das ist im Prinzip dieses, ähm... Das Spielprinzip. Also ich bewege mich, die bewegen mich. Und man muss sich halt eben taktisch immer überlegen, wie man's macht, dass man die Leute, ähm, eben in die Spikes oder sonst wo hinschicken kann. Man kann, wie gesagt, es gibt hier noch mehr Sachen. Man kann springen. Dann sind die kurz außer Gefecht gesetzt. Man kann sein Schild werfen. Man kann mit dem Haken die Plätze tauschen. Und man kann mit dem Schildstoß die Leute irgendwo rein bashen. Was er aber in dem Fall jetzt hier natürlich nicht trinkt, weil da keine Lava hinter ihm ist. Okay. Und schon wieder tot. Gut. Ich glaub, das reicht auch erst mal. Dieses Spiel, äh, nennt sich Enyo. Und auch hier könnt ihr wieder wählen, Ausrufezeichen M-G-C-Enyo. Äh, auch ne Empfehlung von Brokoman. So, und jetzt machen wir, ähm, noch ein wirklich schönes Deck-Builder-Game. Ähm, das, äh, ich auch aus dem Forum hab. Ich glaub, ist das auch wieder von Brokoman. Ich glaub, ich mach einfach, Brokoman wird einfach hier eingestellt und zack, hab ich das nicht mehr am Backen. Nein, Quatsch. Es ist hier, was hat er gesagt? Doch, Brokoman. Night of the Full Moon. Ich lese mal vor, was Brokoman geschrieben hat. Ein sehr atmosphärischer Deck-Builder, in dem man eine freie Interpretation von Rotkäppchen spielt. Nicht so ausbalanciert wie Slay the Spire, wobei es für mich auch den Reiz ausmacht, kaputte Builds zu finden und auszutüfteln, wie man schwächere Karten trotzdem spielbar macht. Den Ritter kann man gratis probespielen, weitere Klassen gleich Starter-Decks, neue Karten und Power-Ups kann man einzeln kaufen. So. Und so sieht das Ganze aus. Relativ unspektakulär. Es ist halt so ein klassisches, ja, wer Slay the Spire kennt oder so weiß, wie's ist, es ist optisch relativ unspektakulär. Aber ich find für so ein iPad oder Handy eigentlich perfekt. Ich hab immer drei Möglichkeiten, was ich machen will, die sich auch abwechseln. Hier zum Beispiel, ich kann zur nächsten Kreuzung gehen, ich kann jetzt hier im Shop Sachen kaufen. Ich hab aber gar kein Geld, hier könnte ich mir zum Beispiel die Karte Gegenangriff kaufen für 40 Gold. Wenn der Gegner Angriffskarte verwendet, mache die Karte ungültig, bewirke zwei Schaden an dem Gegner, ziehe eine Karte. Und dann hab ich hier einfach einen Kampf gegen einen Level 4 Schneedämonen, das machen wir jetzt einfach mal. Und hier sehen wir meine Karten, unten so eine Art, das sind so Ausrüstungskarten, das sind so Buffs. Also hier zum Beispiel die Schutzrüstung, damit werden schon mal drei Schaden geblockt. Wachsamkeit des Adlers, die nächste Karte, die der Gegner spielt, also die erste Karte, die der Gegner spielt, ist komplett wirkungslos. Dann hab ich hier ein rundes Schild, erhalte drei Schutzrüstung zu Beginn einer Runde und den Dolch bewirkt ein Schaden an dem Feind für alle zwei verwendeten Angriffskarten. Und dann hab ich hier natürlich die, äh, Angriffskarten. Im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel, ähm, ja, Lost Centuria, Hearthstone oder Magic oder so, ist es hier bei dem Spiel so, dass ich die Karten quasi so lang spielen kann, solange ich Karten hab. Man kann also, wenn man sich ein Deck baut, wo man auch immer wieder neue Karten zieht, so hab ich's zumindest verstanden, kann man sehr viele, ähm, Karten spielen. Wobei es kommt auf die Karten. Hier diese Hinrichtung zum Beispiel kostet mich einen Zug, ich hab zwei. Also wahrscheinlich hab ich nur noch bislang so schwache Karten, dass das geht. Äh, ich, so, wir kämpfen sofort, wir schauen auf das, ähm, auf die Note von Enjo. 3,2, hat euch nicht so gut gefallen, entnehme ich dem. Ähm, also 3,2 ist ne gute Note, da hätt ich mir, äh, zwei Arme für abgeschnitten in der Schule für drei, äh, so ne Note, aber, ähm, vielleicht lag's auch an meiner Präsentation, weil Enjo ist echt gut. So, okay, jetzt machen wir hier den Angriff. Was mir Spaß macht, wie sich das Spiel spielt, ich swipe einfach die Karte auf den drauf und zack, geht's los. Hier Vergiftung. Und, ähm, das ist ne richtig gute Karte, die heb ich mir zum Beispiel jetzt noch auf, die bewirkt nämlich nur zwei Schaden, aber wenn der Gegner 30, nur noch 30 Prozent oder weniger Energie hat, macht die zehnmal so viel Schaden, also 20. Sehr, sehr starke Karte, wenn man den Gegner schon ein bisschen angeknuspert hat. Runde beenden, jetzt ist der Gegner dran. Und ich bin wieder dran. Ziehe wieder zwei, drei neue Karten, so, verrückte Kampfachs. Immer wenn du einen normalen Angriff verwendest, füge eine Kopie auf die Hand zu. Das ist ne Rüstungskarte, also ne passiver Skill quasi. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden hab, die wird jetzt, krieg ich nochmal. Ne, okay. Egal, drei Schaden, drei Schaden, ein Schaden, drei Schaden, ein Schaden, drei Schaden. Und jetzt hat er nur noch neun. Jetzt nehm ich die Karte, die ihm zehnmal so viel Schaden macht. Bam. Und hab gewonnen. Und es erscheint eine neue Handlungsoption. Wie gesagt, ich kann hier immer noch zur Kreuzung gehen. Oder aber, ähm, die anderen Sachen machen. Ich kann mir natürlich hier auch mein Deck angucken, das ich jetzt bislang erspielt hab. Das sind die Karten, die in meinem Deck sind. Ähnlich wie ihr das vielleicht von anderen Deckbilderspielen wie Half Stone kennt, muss man natürlich gucken, was man alles hat, weil die Karten bekommt ihr zufällig. Und dann müsst ihr selber für ne ausgewogene Mischung sorgen, sodass ihr für alle Eventualitäten gewappnet seid. Wähle eine Karte im Deck, um diese aufzuleveln. Das ist mein Special Skill, den ich hier vom Ritter hab. Ich kann jetzt eine Karte noch stärker machen. So. Und dann können wir mal hier in die Schmiede gehen. Die kenn ich nämlich auch noch nicht. Wähle die Karte für das Upgrade aktueller Preiskostens. Okay, ich kann hier eine Karte upgraden. Erhalte drei Schutzrüstung, bewirke drei Schaden, Verbann bewirke neun Schaden. Und ich mach hier einfach die Standardkarte stärker. Macht jetzt fünf statt drei Schaden. Aha, und jetzt kann ich upgraden und es kostet zehn. Nicht aber, ehrlich gesagt, ganz schön günstig. Jetzt kostet 20. Okay, hab ich keine Kohle mehr. Dann kann ich hier die Schmiede wegschicken. Und es kommt eine neue. Schönes Mädchen, Level fünf. Sie scheint darüber nachzudenken, ob sie zu daten soll oder nicht. Das klären wir in einem Kampf. So, jetzt kann ich hier wieder Schaden. Drei Schaden, fünf Schaden bewirken. Fünf Feuerschaden. Schaden plus eins für alle eigenen verloren HP. Die hebe ich mir auf, weil ich habe nämlich noch keine HP verloren. Ja, sie hat auch eine passive Karte gespielt. Schatten drei. Hm. Bewirke einmal zwei Schaden für jede ausgerüstete Rüstungskarte. Müsste dann acht geben, wenn ich mich nicht verzählt habe. Äh, zwei, null, null. Okay. Weiß ich nicht. Bewirkt zwei Schaden, wenn das HP ist. Okay, das ist meine Hinrichtungskarte. Die muss ich mir noch aufheben. Ich warte erstmal. So. Hier sind meine neun Karten. Neun Schaden. Löse vier Angriffskarten aus, die du mitnimmst. Löse vier Angriffskarten aus, die du mitnimmst. Okay. Drei Schaden und jetzt kommt wieder Hinrichtung. Das ist einfach die krasseste Karte, diese Hinrichtungskarte. Ja, die Übersetzung ist ein bisschen holprig, muss ich sagen. Vielleicht besser auf Englisch spielen. Jetzt hat man hier manchmal auch so Story-Optionen nach einem Kampf. Ich habe keine Zeit für den Unsinn. Ich muss zu einem Date. Jetzt kann ich halt fragen, ein Date mit wem? Halte sie auf, mach sie darauf aufmerksam, dass ihr Haar hoch steht. Oh? Danke dir. Heute ist ein wichtiger Tag. So. Und da kriegen wir Ruhm und Erfahrungspunkte. So. Jetzt haben wir zweimal nächste Kreuzung und den alten Katzenladen. Den können wir doch eigentlich mal wegschicken. Den kommen wir doch gar nicht. Taverne der Amnesie. Lass uns mal sehen, wer gekommen ist. Wähle die Karte, die entfernt werden soll. Ah, okay. Ich kann jetzt hier kostenlos eine Karte aus meinem Deck rausschmeißen. Ehrlich gesagt, bin ich relativ zufrieden mit meinem Deck. Ich habe da jetzt noch nichts gesehen, was mich total ärgert. Deshalb lasse ich das und gehe einfach mal zum nächsten Kreuzung. Oh, Schatzkiste. Das sind oft neue Karten. Mutiges Herz. Ziehe eine Karte, erhalte eine zufällige Angriffskarte. So, hier kann ich meine Wunden heilen. Und hier haben wir einen Kampf. Jetzt habe ich zwei Scherzkarten in mein Deck gemischt. Aber bislang. Und da ist schon unsere neue Ziehe eine Karte. Halte eine Angriffskarte. Alles geben. Bewirkt neun Schaden an dem Gegner und bewirkt an dich selbst zwei Durchbrechungsschaden. Okay. Ich hasse Pharmacists. Sie nehmen immer meine Freunde weg. So. Was haben wir hier? Lass uns mal sehen, wer gekommen ist. Schon wieder kann ich Taverne der Amnesie. Hier kann ich mich noch einmal heilen. Oh, Level 6 Servos. Komm, den machen wir auch noch. Ihr könnt derweil schon mal wählen. Wie gefällt euch das Spiel? Ausrufezeichen M, G, C in den Chat. 1 bis 6. Note 1 für sehr gut. Note 6 für kompletter Fail. Warum ist er zuerst dran? Also, Karteneinsatzzeit reduziert. Wähle zwei Karten, die aufgegeben werden sollen. Wieso? Ach so, weil ich zu viele Handkarten habe. Aber... Na gut, dann nehme ich die. Natürlich mit dem wenigsten Schaden, aber... Ich wollte doch gerade spielen. Das ist ein Zauberspruch. Oder was? Nee, wieso habe ich jetzt so wenig Karten nur in der Hand? Das ist doch unfair. Giftdolch. Das habe ich gerade nicht verstanden. Welche Karten? Bewirkt drei Schaden, die... Wähle drei Karten, die du aufgeben sollst. Warum? Mann. Drei Karten muss ich auch rausrücken. Ey, was soll ich denn jetzt noch... Das ist ja so gemein. Hat er da irgendeinen... Habe ich irgendeinen Malus? Oder warum muss ich die abgeben? Was habe ich nicht gecheckt? Schon wieder. Irgendwas habe ich hier noch nicht verstanden. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ach so, ich habe hier auch noch Special Skills, sehe ich gerade. Was macht das nochmal? Standhaftigkeit. Erhalte Schutzrüstung, die er HP verliert. Nutzen. Und Doppelschlag. Kopiere die nächstverwendete Karte. Okay, das ist ja... Drei Karten abgeben. Der hat irgendeinen fiesen Zauberspruch. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es nervt mich. So, Hinrichtung. Oh, da war noch... Ich habe mich verzählt. Aber ich habe ihn besiegt. Er muss irgendwas ge... Irgendeine Karte... Ja, wer lesen kann. Ich weiß, aber ich habe es nicht gelesen. Ich weiß nicht, wo es stand. So. Der hat mich aber ganz schön herangenommen. So, Level 6 Yeti. Verwähne der Amnesie. Nächste Kreuzung. Okay, soll es erst mal gewesen sein. Und... Wir haben sogar auch schon die Note. Höre ich gerade von der Regie. Okay, Night of the Full Moon. Vollmondsnacht im deutschen Shop. 2,6. Seht ihr mal? Das fandet ihr wohl gar nicht so schlecht. Jaja. Okay. Macht nämlich wirklich Spaß. Kann ich empfehlen, wenn man auf Deckbilder-Games a la Hearthstone, Slay the Spire und so weiter steht. Ähm, dann kann ich das nur empfehlen. Jetzt habe ich natürlich... Ich sag euch auch noch, was es kostet. Das habe ich natürlich vorbildlich nicht mehr im Kopf. 99 Cent. Hat's gekostet. Ja. Wie gesagt, ihr könnt dann, glaub ich, die anderen Helden könnt ihr euch dann noch kaufen. Aber man kann's also hier auch schon sehr gut spielen. Für wenig Geld. Und bislang auch keine weiteren nervigen In-Game-Geschichten erlebt. Alright. Ich hab fürs nächste Mal schon... Wie gesagt, ich hab so viel Spiel raussucht. Heute auch noch geile Sachen eigentlich gehabt. Aber die machen wir dann das nächste Mal. Sorcery zum Beispiel. Wenn ihr euch noch erinnert an diese Fantasy-Romane, wo man Entscheidungen treffen will. Willst du durch die Tür gehen oder willst du lieber den Goblin angreifen? Dann lese weiter bei 315 von Steve Jackson und so weiter. Das Ganze gibt's als iPad-Spiel. Zeig ich euch beim nächsten Mal. Macht richtig Spaß. Kostet ein bisschen Geld, aber meiner Meinung nach lohnt sich das. Retro Bowl hat heute gewonnen. Sehe ich das richtig? War das erste Spiel, da wart ihr noch nett. Korrekt. Ja, Retro Bowl, ich glaub, 2,1 waren's, ne? Retro Bowl hat hier gewonnen. Macht auch wirklich Bock. Ja, das war's vom Mobile-Games-Check auch wieder. Es geht echt schnell rum, wenn man hier so dauernd durch die Spiele durchballert. Mir hat's wieder Spaß gemacht. Viele, viele schöne Sachen dabei gewesen. Vielleicht war auch was für euch dabei, wo ihr sagt, ja, why not? Lasst mir Feedback da. Wenn ihr geile, ja, Tipps habt für iPhone, iPad, Android-Spiele, dann schreibt sie ins Forum oder unter den YouTube, äh, in die YouTube-Kommentare. Und dann check ich das aus. Vielen Dank noch mal an Brucko. Mann, du hast hier wirklich die ganze Sendung geschmissen im Prinzip. Ich hab nichts beigetragen. Vielen Dank dafür. Und auch an Stift in der Community, dessen Spiel ich auch vorgestellt hab. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal. Was kommt jetzt, liebe Regie? Kommt jetzt was Geiles? Moin Moin. Jetzt kommt Moin. Mit Florentin, ne? Mit Florentin Moin Moin? Hat er nicht gesagt, ich kann ihn sein Moin Moin überziehen? Amin. Pass auf, dann spielen wir jetzt hier noch ein Spiel, das nennt sich Skyrim. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ihr mir überlegt ... Nein, Quatsch. Komm, wir machen jetzt ... Wir gehen jetzt rüber zu Teenie mit seinem Moin Moin. Viel Spaß, schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Mobile Games Check wird euch präsentiert von Summoners War Lost Centurion.